Und ihr wisst, wie es ist, für dieses Beginn, jedes Millimeter beträgt, wie der Tod hinter dir steht. Das muss der Gefühl sein, wieder einmal. Natürlich ist einem als Dirigent klar, wo sind die ganz wichtigen Debüts, was sind einfach die Top-Orchester und da hängt jetzt schon auch viel von ab, wie das läuft. Man könnte sagen, die letzten zwei Jahre waren wie so ein Crescendo auf den August dieses Jahres hin. Diese Riesensachen zusammen zu bewältigen und dann sofort, sofort in derselben Nacht oder am nächsten Morgen gleich das nächste. Das, also das ist dieses Gefühl von, also ich weiß nicht, die Batterie ist so langsam. Es gab auch Zeiten, wo ich auch dachte, ich muss das wieder lassen mit dem Dirigieren. Aber das Gefühl war, dass ich dachte, wenn ich mein Leben lang Dirigent gewesen sein werde, werde ich vielleicht am Ende am meisten auch über mich selber herausgefunden haben und das möchte ich. Ich glaube, es war sehr viel, junge sich, da wurde verraten. Nein, nein... Ich feine, ich bin zuerst. Ich weiß nicht, dass es, ihr euch nicht, dass ich dich im Leben langer, weil ich mich nicht umge insulting leise zu sein. Ich weiß nicht, dass ich meine انtreppen im Leben langer und ich mich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich sehr gerne versuche. Ich weiß nicht, dass ich euch sehr gut angehen, Vielen Dank.